Musik Telefah Lambda hat vor kurzem eine neue Generation von Laborstromversorgungen vorgestellt. Das ist quasi die zweite Generation, die sie auf den Markt gebracht haben. Teil jedes Labornetzgerätes ist ein Arbitriärgenerator. Können Sie mal unseren Zuschauern kurz erläutern, was dieser Arbitriärgenerator eigentlich tut? Okay, also richtig. Die TDK Lambda hat die zweite Generation von programmierbaren Stromversorgungen vorgestellt. Die Genesis Plus, 5 Kilowatt, eine Höheneinheit bei 7,5 Kilogramm Gewicht. Absolute eine Exklusivität im Markt. Neben dem Arbitriärgenerator, um gleich auf Ihre Frage zu kommen, der ein spezielles Tool ist, wo man auf bestimmten Speicherplätzen bestimmte Kennlinien, Kurven bis zu 100 Schritten abspeichern kann, um dann in komplexen ATE-Systemen oder Batteriesimulationen diese Bereiche abfahren zu können. Zusätzlich zu diesem Tool sind aber auch noch andere Schnittstellen wie USB, LAN, RS-232 und auch eine analoge isolierte Interface-Schnittstelle integriert. Das ist also auch so ein Feature, was die neue Serie mit hat. Es ist skalierbar bis 20 Kilowatt und unser neues Pferd im Stall. Ich gehe mal davon aus, so ein Arbitriärgenerator kann dann quasi mit jedem Ding mehr und mehr Kennlinien abfahren. Also mit jeder Generation kann ich da quasi mehr Kennlinien abspeichern. Richtig. Also das ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Arbitriärgenerator, dem Gerät der ersten Generation und der heutigen Generation. Genau, die erste Generation, der einen Stromversorgung hat, noch keinen integriert hat. Also die neuen haben das jetzt mit bis zu vier Speicherplätze und 100 Schritten sind im Gerät programmierbar und dann mit der externen Software entsprechend erweiterbar. Okay. Die Deka Lambda wird verbunden seit, sage ich, über 20 Jahren mit den konfigurierbaren Stromversorgungen, Einschubstromversorgungen, Vega, etc. Was sind da die speziellen Anforderungen? Also wer verlangt nach so einer Stromversorgungslösung? Wo kommt die besonders gerne zum Einsatz? Und was sind die jüngsten technischen Entwicklungen? Es war ja zum Beispiel, eines dieser Geräte war vor zehn Jahren das, in dem Teka Lambda die ersten Silizium-Kabit-Dioden eingesetzt hat als technische Erneuerung. Ja. Also das ist auch richtig. Seit 1979 bauen wir konfigurierbare Stromversorgungen. Ende 2016 haben wir die fünfte Generation auf den Markt gebracht. Eine konfigurierbare Stromversorgung ist dann angedacht, wenn im kleineren und mittleren Stückzahlbereich Mehrfachspannungsstromversorgung benötigt werden. Und es ist im Prinzip eine kostengünstige Alternative zu einer kundenspezifischen Lösung. Im kleineren und mittleren Bereich, also bis zu 1500, 2000 Stück in einem Leistungsbereich zwischen 400 und 1500 Watt, kann man sich hier eine komplexe Powerarchitektur zusammenstellen. Die Geräte der letzten Generation sind besonders leise, sie haben die leisesten Lüfter am Markt. Sie sind kompakt, sie sind mit zwei Höheneinheiten von der Baufarm her, auch auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten und sind mit 16 Ausgangsspannungen, verschiedenen Bussystemen und Signalisierungen, wie gesagt, der Ersatz für kundenspezifische Versorgung. Nun noch eine Detailfrage, haben solche Stromversorgungen immer Lüfter oder gibt es auch lüfterlose, konfigurierbare Stromversorgungen? In den Leistungsbereichen 1000, 1500 Watt sind die meisten Stromversorgungen Lüfter gekühlt. Wir haben bei diesen Geräten auf die Lüfterlautstrecke geachtet, also auch durch Wirkungsgrad natürlich versucht, Lüfterdrehzahlen zu reduzieren. Aber es gibt natürlich auch eine Generation von uns, allerdings nur bis 600 Watt, wo Kontakt gekühlt oder eben mit reiner Umgebungstemperatur, wo die Luft gekühlt wird. Teleka Lambda zählt zu den ganz wenigen Broadlinen am Markt. Sie bieten von Point of Load bis rauf zum 1 Kilowatt Netzteil alles. Ein Schwerpunkt liegt aber im Industriesegment. Da haben Sie in letzter Zeit das Thema Hutschöne-Netzteile ausgebaut. Sie haben da zwei Linien auf den Markt gebracht. Sind Sie zufrieden mit dem Markterfolg? Konnte sich das am Markt entsprechend durchsetzen? Und werden Sie dieses Segment weiter ausbauen in Zukunft? Hutschöne ist ein wichtiger Bereich in unserem Gesamtportfolio. Wie Sie schon sagen, als Broadliner geben wir die unterschiedlichen Bereiche an, von diese, diese bis zu programmierbar. Aber die Hutschöne-Serie ist begleitet uns seit zwölf Jahren mittlerweile. Mit diesen neuen Geräten ist es uns wichtig, die bestehenden Serien abzulösen und auch neue Marktanteile zu bekommen. Zufrieden sind wir in unseren Möglichkeiten. Unsere Planungen für die Zukunft gehen als nächstes für Dreiphasen-Geräte und auch für Accessoires, Zubehörteile, Entkoppelmodule, USV-Anlagen. Das sind momentan so Gedanken und Diskussionen, die uns beschäftigen. Ein Teilbereich der Industrieelektronik ist die Medizintechnik. Welche Anforderungen muss eigentlich eine Stromversorgung erfüllen, die in einem Computertomographen eingesetzt wird? Oder anders gefragt, wie hoch darf eigentlich die magnetische Flussdichte sein, der so ein Gerät ausgesetzt wird? Also Einsatz in medizinischen Bereichen wie Computertomographen, Magnetresonanztomographen sind natürlich wichtig. Die medizinischen Richtlinien, IC601 natürlich, die gültigen EMV-Richtlinien, aber auch bestimmte Dinge wie Fliehkräfte, die in solchen Applikationen herrschen. Also man muss halt schauen, dass die Geräte dadurch kompakt gebaut werden mit niedriger Bauhöhe, weil je höher die Komponenten sind, desto größer auch die Schwerkraft, die dann sicher darauf auswirkt. Also das sind wesentliche Punkte, eben die Fliehkräfte. Aber auch Lebensdauer ist wichtig. Also wir müssen bei diesen Geräten nachweisen, dass die Lebensdauer größer 10 Jahre ist. Wir müssen nachweisen, wie Elektrolykondensatoren dimensioniert sind, wo wir sagen, okay, 15 Jahre des Kondensators, leise Lüfter oder Auswahl der Komponenten nach bestimmten Richtlinien sind hier wirklich wichtige Werkwahlen. Wenn man aber auch jetzt solche Applikationen anschaut, ist es wichtig, der Trend geht zu lüfterlosen Geräten. Es sind kontaktgekühlte Geräte und was sich herauskritisiert, dass immer mehr kundenspezifische Einheiten verwenden werden für gerade Einsatz in den Geräten. Für die Versorgung der Elektronik außenrum dienen unsere konfigurierbaren Stromversorgung. Kundenspezifisch heißt dann wirklich von der Abmessung her, von den Ausgangsspannungen, von der Leistung. Wir gehen in zwei Varianten. Mit unseren Power-Modulen bieten wir oft den Baustein der Stromversorgung als Basismodul und bauen das drumherum dann nach der Kundenanforderung aus. Aber auch die letzten Einheiten waren 100% kundenspezifisch für unsere strategischen Kunden. Okay, ich bedanke mich. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Danke Ihnen.